Du willst ganz viele kostenlose Videos zum Maschinenbau? Dann komm auf studyflex.de! Als erstes schauen wir uns die trigonometrische Reihe an. Wie du im Graph siehst, wiederholt sich ihr Verlauf. Sie ist periodisch. Sie lässt sich als Funktionenreihe schreiben, die sich aus Sinus- und Cosinusfunktionen mit Koeffizienten a n und b n zusammensetzt. Um nun die Koeffizienten so zu bestimmen, dass die trigonometrische Reihe mit einer beliebigen periodischen Funktion übereinstimmt, brauchen wir die sogenannten Orthogonalitätsrelationen für trigonometrische Funktionen. Das sind einfach nur drei Integrale über Produkte aus Cosinus- und Sinusfunktionen. Die Berechnung ersparen wir uns an dieser Stelle. Die Ergebnisse sind entweder 0, 2pi oder pi, je nachdem, ob n und m übereinstimmen oder nicht. Diese Orthogonalitätsrelationen wollen wir jetzt anwenden. Dazu multiplizieren wir die trigonometrische Reihe mit dem Cosinus und integrieren über x von 0 bis 2pi. Wir setzen die trigonometrische Reihe ein und teilen das Integral in drei Integrale auf. Dabei ziehen wir die konstanten Koeffizienten aus den Integralen heraus. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Summanden Schritt für Schritt an. Das Integral des Cosinus über die Periodenlänge von 2pi ist 0. Die Fläche unterhalb der x-Achse entspricht der Fläche oberhalb der x-Achse. Das gilt auch für m ungleich 1, zum Beispiel m gleich 3. Die Periodenlänge ist jetzt ein Teiler von 2pi, und zwar 2 Drittelpi. Der erste Summand fällt also raus, außer m ist gleich 0. Für den zweiten Summanden schauen wir uns die zweite Orthogonalitätsrelation an. Nur wenn m gleich n ist, erhalten wir hier ein Ergebnis ungleich 0. Da die Summe bei 1 beginnt, kommt der erste Fall, also m ist gleich n ist gleich 0, auch nicht vor. Der dritte Summand fällt entsprechend der ersten Orthogonalitätsrelation immer raus. Im Fall m größer 0 bleibt also nur das Integral von Cosinus nx mal Cosinus nx übrig. Für n haben wir im zweiten Cosinus n eingesetzt, da m gleich n gilt. Das Integral ergibt pi. Multipliziert mit an ist es an mal pi. Jetzt kannst du den Ausdruck nach an umstellen und hast eine Vorschrift für den Koeffizienten an gefunden. Die Koeffizienten bn berechnen sich analog. Hier hättest du anfangs mit dem Sinus mx multiplizieren müssen. a0 ist ein Sonderfall. Hier bleibt nur der erste Summand unseres Integrals übrig. Der Koeffizient a0 berechnet sich so. Das sind die Koeffizienten der Fourier-Reihe. Das Gute ist, dass du diese Formeln in der Regel nur anwenden und nicht herleiten musst. Das führt uns direkt weiter zur Definition der gefürchteten Fourier-Reihe. Nehmen wir an, du hast eine 2pi-periodische Funktion f, die stückweise stetig differenzierbar ist. Das heißt, der Graph von f besitzt höchstens endlich viele Sprungstellen oder Knicke. Diese Funktion lässt sich als trigonometrische Reihe darstellen. Die Koeffizienten berechnen sich wie zuvor hergeleitet. Mit Die trigonometrische Reihe mit diesen Koeffizienten heißt Fourier-Reihe zur Funktion f. a0 halbe ist der Mittelwert der Funktion f. Das Fourier-Polynom ist entsprechend dem Taylor-Polynom definiert. Wenn du nur endlich viele Summanden berücksichtigst, erhältst du das trigonometrische Fourier-Polynom der Ordnung m. Als nächstes zeigen wir dir Vereinfachungen bei geraden und ungeraden Funktionen. Wenn f gerade ist, dann ist f eine reine Kosinusreihe, das heißt bn ist gleich 0 für alle n. Wenn f ungerade ist, dann ist f eine reine Sinusreihe, das heißt an ist gleich 0 für alle n. Das Integral von 0 bis 2pi in der Definition der Koeffizienten kann durch ein beliebiges anderes Integral über ein Intervall der Länge 2pi ersetzt werden, zum Beispiel durch das Integral von minus pi bis pi. Wenn f eine stetige, stückweise glatte Funktion ist, also Knicke aufweist, aber keine Sprünge, dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig und es gilt, Fourier-Reihe von x ist gleich Funktion f von x. Wenn f stückweise glatt, aber unstetig ist, dann gilt Fourier-Reihe von x ist gleich Funktion von x nur für die Stetigkeitspunkte. An den Stellen x, an denen f unstetig ist, konvergiert die Fourier-Reihe gegen den Mittelwert. Das Plus steht für eine Annäherung an die Stelle x von oben und das Minus für eine Annäherung von unten. Die Konvergenz ist nicht gleichmäßig. Man beobachtet in der Nähe von Sprungstellen für alle Fourier-Polynome ein Überschwingen, das auch nicht verschwindet, wenn man die Fourier-Reihe mit unendlich vielen Termen bildet. Es beträgt asymptotisch etwa 9% der Sprunghöhe und heißt Gipsches Phänomen. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de